Frostwiderstand ist eigentlich blöd, ne? Frostangriff-Kritz. Die kann ich eigentlich verwandeln, die Schuhe, ne? Brauche ich eigentlich nicht mehr. Die hier könnte ich einmal hoch machen. Komm, wir machen die hier mal verbessern, dann knallen wir die anderen Schuhe rein. Und dann schauen wir mal, wie hoch die gehen. Also, Krit und Voltangriff wäre schön. So, alter Pada. 3.497er-Kritz. Äh... Wait a minute... Also, was ist jetzt besser? Mit Frostangriff oder Krit? 780kk? Alter, ich bin bei 9.000... 54% Angriff. Beim Angriff eines Gegners der gleichen Stufe. Eieieieiei... Muss ich auch mal einen Screenshot von machen. Also, das wäre der höchste Kritwert, den ich hier auf einem Gier gesehen habe, oder? Das ist ja... Wie kann... Wie kann das sein? Spielt da noch irgendwie mit rein, dass man... Das... Dass das, was man irgendwie da rein baut, noch Krit hat, oder so? Was ist das für ein Krit? Ja, aber selbst... Ich glaube, bei... Guck mal, selbst bei der hier, ne? Also, bei der... Bei den Schuhen hier sind die oft auf... Da ist, glaube ich, auf Eimer, auf LP, Eimer... Das sind also eine Stufe, zwei, drei Stufen. Und der Rest ist auf Krit. Und das hier, das ist ja abartig. Warte mal, ich guck mal grad, was der... Was Annie für eine Krit-Stufe hatte. Was... was Annie das... das höchste... Krit-Ding hatte. Krit-2600 war von mir... 2.464 ist, glaube ich, sein... sein bestes... sein bestes Gear. Alter. 3.497. Ach du Scheiße. ... Vielen Dank.